So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Day 7. Ne, meinen Sie. Minecraft. Ja, wir sind hier wieder... Eben wurde ich ja wieder umgebracht, also von diesen Typen, obwohl ich mich nur notgewehrt habe. Ja, und dann dachte ich, ich bin Mörder, aber nein, ich wollte doch nur Frieden. Ne, nix drinnen zu essen. So, wo bin ich denn da noch im Weg? Earth Mouse, ne, Ports Mouse. Ah, ich bin gestorben, okay. Achso, okay. Oh my god. Ich dachte eben Peter Fox droned, ne, aber Pakata Fox. Please wait 7 more seconds. Okay, machen wir. Ach ja. Geht's, oder? Ja, ist so schöne Musik hier. Achso. You are now in the world. Good luck. Ich bin bei minus 1200. Bei minus 1000, ja, dann komm ich in deine Richtung. Da war ich ja eben auch. Haha. Okay. Und du rennst wieder Richtung Null. Ja, ich guck erst mal. Achso, hier, bei unserem allerersten Startpunkt brenne ich gerade. Ach, da hinten. Oh, da ist aber ein Haus, da guck ich mal rein. Ja, das kannst du natürlich machen. So viel Zeit muss sein. Natürlich. Ach du Scheiße. Fuck it. Was ist los? Und, äh, warte, eins, zwei, drei, vier, sechs Zombies auf mir drauf. Mach's gut. Ach komm, die snack ich alle weg hier, ey. Nur, was ist denn hier? Achso, am Leuchten bin ich jetzt vorbeigerannt. Ne, ne, da ist er. Da waren's nur noch vier. Ja, und ich hab auch nur vier Herzen. Zombies oder Menschen? Und wieder tot. Verdammte Scheiße. So ist das. Funke abruhen should have run faster. Ja, das hätte ich wohl machen sollen. Ach ja. Zwölf Sekunden noch, na gut. Achso, dann kann ich hier hier mal warten. Und gucken, wo du spawnst. Ja. Äh, minus vierhundertfünfzig. Achso, dann bin ich gleich bei dir. In fünfzig Metern. Gut. Na, warte da mal. Ah, da bist du doch schon. Ja, ja. Ist da was drin im Leuchtturm? Ne, hab ich eben. War ich eben. Okay, safety, safety. Ich bin freundlich. Okay, wo sind wir? Minus fünfhundert. Ja, komm her, du Kleiner. Äh, ja, dann rennen wir wieder in die Richtung. In vierhundert Meter ist der Portsmaus. Okay. Da ist, sind zwar meistens viele Banditen, aber, naja. Was soll's, ne? Dum, 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 dum. Dun, 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 dun. Schmeckt's? Ich glaube, ich höre gerade hier diese komische Musik von Höfen. Achso. Da seh ich doch schon was. Da hast du auch einen Zaun. Freunde. Wo bist du denn? Achso. Na, du schwimmst da irgendwo rum. Mhm. Achso, das ist nur die Brücke, okay. Oh, es wird Nacht. Oh, oh. Nee. Oh, oh. Eigentlich nicht. Nein. Nein, achi, wo? Oh, oh. Oh, da sind welche. Nee, einer. Der kämpft gegen Monster. Zwei, ja. Achso. Kämpfen die nur gegen Monster, oder was? Mhm. Wir machen gleich erstmal das Friendly, Zeichen, die Stars und so. Oh, da wurde jemand ge... Conjuro. Müssen wir gucken, ob der hier irgendwo ist. Ja. Oh, Digga, nervt nicht, Mann. Du läufst immer in meiner Fresse rum. Ja. Ja. Ja, sagt er. Ja. Also, wenn du Conjuro siehst, ne? Schrei. Gleich. Achso, hast du ihn gesehen? Nö. Wo bist du denn überhaupt? In deiner Motte. Wir müssen doch zusammenlaufen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Gerade jetzt, wo hier ein Mörderer ist. Hier bin ich. Nö. 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 Hier ist ne Kiste. Da auf dem Steg ist ne Kiste, die hol ich mir mal kurz. Oh, komm, Schneeball. Da ist noch ne Kiste. Ja. Drei Rottenfleisch. Ja, Bandages, Kakaobohnen und Weizen. Okay. Kommt man da irgendwie hoch? Ne. Ja, wenn hier ne Kiste spawnt, kommt man da hoch. Aber da oben ist ja nichts. Keine Ahnung. Ich konnte nicht hochgucken. Komm mit, Mehrung. Wo bist du? Hast du jemanden geschlagen? Ne. Hörst du die Geräusche auch? Da haben sich zwei geprügelt, glaub ich. Well, ich bin Streitschlichter, ne? Ich mach die kaputt. Für den Pfeile. Sound like someone nearby, Mama. Oh, hier bin ich gestorben. Genau hier. Wo ich gerade stehe. Digger, komm zu mir ins riesige Doppelbett, mein Kleiner. Oh ja, komm, da kannst du was erleben. Hallo, ja, oh. Oh, geil. Ja, wortwörtlich. Der kriegt auch die Fresse, Alter. Alter Schwede. Pass auf, hinter dir noch einer. Hat er was Gutes getroppt? Äh, nö. Gar nichts. Nur seine Rüste. Scheiße, ich brauch Milch. Warum? Weil ich mich nicht so gut fühl. Okay, jetzt fühl ich mich wieder gut. Ey, ey, wenn der mich angreift. Ne, komm mit. Okay. Ich mach hier Friendly-Zeit, Alter. Ja, komm, komm, komm. So, wohin? Es wird Nacht, Alter. Wir brauchen irgendwie sicher einen Ort. Ja, komm mal her. Äh, mir geht's richtig scheiße. Ja? Alter Schwede. Ja, mal gucken, ob hier irgendwo Milch ist. Da hinten kriecht noch jemand rum. Oh, ich brauch nicht. Boah, ich dachte eben, du hast angegriffen. Nee. Milch! Alter, ich hab echt Milch eingesammelt. Geil. Oh, Alter, hatte ich Lack. Ja. Da hat er echt Milch fallen lassen. Das ist ja cool. Ja, echt Glück gehabt, ey. Gut. Wollen wir jetzt hier unten bleiben, oder was? Nee, ich hab grad mein Inventar sortiert. Oh, oh, oh. Ja, gut, ja. Okay, ich hab Schere und Verbandszeug. Ja. Da brauchen wir noch Rosenrot. Und ein Steinschwert, nice. Was kann dahin? Okay. Bist du schon wieder weiter? Ja, ich guck hier so ein bisschen, aber hier sind keine Kisten, glaub ich. Nee. Nur da hinten. Im Raum. Ich hab das Gefühl, überall, wo Redstone-Fackeln sind, äh, spawnen Kisten. Na, das kann sein. Wo bist du denn? Draußen wieder. Achso. Schade, wir haben keine Schaufel dabei. Hier kann man die Gräber ausgraben. Nice, das müssen wir uns merken. Da ist nix drunter. Hast du das gesehen, oder was? Ja, wenn man das abbaut. Da ist auch nix drunter. Aber nicht zu oft machen. Da ist auch nix drunter. Okay, wieder nach da rein, oder was? Ja. Hast du ein Steinschwert? Ja. Hast du noch eins? Achtung, Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Ja, ja. Da hinten ist ne ganze Herde... Was meinest du? Nee, ich hab nicht noch ein Schwert. Da ist ne Herde Menschen, ja. Ja. Ja, egal. Ignorier einfach. Paul the Guitarist. Okay, merken. Alter, Schwede. Ich, äh... Er hat Rosenrot, Digga. Ja, Mann. Hast du eingesammelt, Rosenrot? Ja. Nice. Okay, ich hab jetzt auch was. Ähm... Alter, hat er da viel dabei. Na, das kann man nicht stacken. Okay, ähm... Ich hab ganz viel Milch. Ich werf dir mal das Rosenrot hin. Damit du mich gleich heilen kannst. So, ja. Ich muss mal kurz Inventar sortieren hier, ey. Jetzt krieg ich die Flasche nicht mehr zu. So, warte, ich snack mal kurz hier. Achso, ne, wir können uns ja heilen. Haha. Ja. Okay, ähm, mit den Bandages anfangen. Mit, ähm, mit Schlagen. Oh, scheiße, jetzt hab ich falsch rum. Ich hab noch ne Bandage. Danke. Gut. Soll ich dich auch heilen? Ja. Warte, warte, warte. Noch nicht heilen, noch nicht heilen. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Alter, hier kommen richtig viele. Sneak dich, sneak dich. Warum? Ja, toll, ich bin tot. Scheiße, 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 Mann. Töte mich, Tja. Ja, hab ich. Ja, damit du die ganzen Sachen einsammelst. Ich hab nämlich drei Becher Milch gehabt. Ja, und ziemlich heiltränke irgendwie. Ja. Ne, das brauch ich, das brauch ich. Ja, komm. So, scheiße, Alter. Hä, du hast scheiße. Die Schere ist weg. Mist. Ich bin 1350, wo war das nochmal? Äh, minus 60. Okay. Oh, jetzt hab ich die Schere eingesammelt. Alter Schwede. Dann rennen wir mal. Server Rebooting. Okay. Ja, dann wird er gleich neu gestartet. Geil, dann tütt ich den Kockel hier nochmal. Schade weg. Okay. Ja, wird der jetzt Rebootet oder was? Äh, ich bin rausgeflogen. Ich nicht. Okay. Dann fliege ich wahrscheinlich gleich raus. Mhm. Aber die anderen bewegen können sich auch noch bewegen. Ich hab das auch nicht gelesen. Du bist immer noch auf 12, ne? Mhm. 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 Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay. Aber die Folge ist eh vorbei. Okay, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.